Was sind denn das für Träume, die nie wahr werden? Die nie wahr werden können! Jetzt blügt dich doch nicht selbst! Wir wissen, was er kann und was nicht. Ja klar, die Sachen, die ihr für ihn aussucht, die sind ja viel besser. Da kann man sich nicht verletzen. Außer man haut sich die Klarinette auf den Kopf. Jetzt tu doch nicht so sarkastisch. Bei euch wird ihm doch nur gezeigt, was er nicht kann. Bei mir kann er sogar fliegen. Durch das Fliegen merkt er, was er nicht kann. Wir dürfen ihm dann hinterher sagen, dass er nie fliegen kann. Und warum macht ihr es dann nicht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017